Hallo Leute, hier ist wieder Al Gatholk. Willkommen zurück zu Let's Play The Stanley Parable. Ähm, ja. Oder Minecraft. Oder Portal. Ja. Und wieder, wir scheinen wohl ein bisschen was am Plot gedreht zu haben. Aber man kann jetzt wieder Inputs geben. Denke ich. Wenn ich den Computer dazu finde. Dann natürlich, der ist weg. War er da hinten irgendwo? Bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Kein Input, kein Input, kein Input. Ich will einen Input machen. Hm, kein Input. Verdammt. Da hat irgendwer Kaffee verschüttelt. Das machen wir mal. Ja. Wir sind ein guter Stanley. Ich weiß gar nicht, ob es hier noch einen Weg gab für mich. Hier ist ein Bad. Ein Bad. Ein Bad für mich. Oh. Ich habe drauf gedrückt. Ich fühle mich böse. Ich habe drauf gedrückt. Schocked, unravelled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Stanley simply began entering random codes into the keypad, knowing full well the sheer statistical unlikelihood that this would ever result in a correct combination. If he knew that the combo was 2845, it would be another story entirely. but no, no, two, eight, four, five. 0, 8, 15, 2, 3, 6, 5. But it turns out that the panels emergency override kicked in. and the door just opened all by its side. And still you got the hell along with the story. Well, whoop-de-doo. Okay, whoop-de-doo. Yeah, that's what I got. I got a good idea. I got a good idea. Now I play my watchdog. Okay, whoop-de-doo. Is there anything else? No, I think there is nothing more. Whoop-de-doo. What's happening. Oh, that's not cool. That panel has a wrong function. That's awesome. Good security. Can you know that? So, das kennen wir ja. Keine Ahnung, es wird sich eigentlich nicht zu schneiden, ihr könnt einfach zwei mal auf die rechte Tastatur oder Tastatur, dann dürft ihr wahrscheinlich am Ende sein. Ihr wisst schon, zwei mal, wenn das 6 Sekunden ist, überspringen. So, ich hoffe mal, dass es hier noch ein anderes Ende gibt. Okay. 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 So, ich muss einen Fonds gehen. Okay. So, ich muss einen Fonds gehen. Ich glaube aber, dass wir hier kein weiteres Ende finden können. Gut. Nein, ich warte nicht. So, jetzt kommt die Glocke auf. Okay. Das ist ein Fonds. Das ist ein Fonds. Und das ist die Glocke. Das ist ein Fonds. Aber ich bin mir hier noch mal. Das ist ein Fonds. Das ist ein Fonds. Und noch ein paar Moments! Und noch einmal, als die riesige Tür plötzlich öffnete, Stanley reflektierte, wie viele Puzzle noch nicht lösen waren. Wo waren seine Co-Werkers? Wie wurde er von der Maschinen geholfen? Welche anderen Mysterien hat diese strange Begründung gehalten? Aber als die Sonne in die Schmerzen kam, er wusste, dass das nichts für ihn interessiert war. Für es war kein Wissen, oder sogar Power, das er war für ihn. Aber erinnert, vielleicht sein Ziel nicht zu verstehen, sondern zu lassen. Keiner würde niemand sagen, wo er zu gehen, was zu tun, oder wie zu fühlen. Welche Leben, es wird sein sein. Und das war alles, was er zu wissen. Es war, vielleicht, das einzige was zu wissen. Stanley stepped durch die Tür öffelt. Nein. Definitiv dieses Mal. Nein. 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 Ihr habt ja Bock. Nein. Nope. Ich will heim. Nope. 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 Sieht aber schon cool aus. Was passiert noch was? Nope. Hm. 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 Ah, schau. Das ist genau der Weg, gerade jetzt, dass Dinge zu passieren waren. Und Stanley war glücklich. Okay. Gut, das Ende haben wir natürlich schon gesehen. Ähm. Schade eigentlich, dass ich hier jetzt nicht noch... Moment. Das ist ein anderes Büro. Das sehe ich sofort. Das gucken wir uns gleich an. Wir sehen uns dann gleich wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte ihn auf jeden Fall. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dahin und ciao, ciao. Bis dahin und ciao.